So, there's a homeless man who usually hangs out with this cat. Hi, baby! Hi! Hi! You a cutie pie! Die Geschichte von Cruxshanks, einem widerstandsfähigen und liebevollen Tigerkater, begann auf den belebten Straßen von Brooklyn, New York, wo er in der Nähe eines Obdachlosenheims umherstreifte. Trotz des harten Lebens auf der Straße zeigte Cruxshanks eine bemerkenswert sanfte Art. Sein freundliches Wesen ließ darauf schließen, dass er einst ein Leben voller Geborgenheit und Liebe kannte. An einem kühlen Herbstmorgen bemerkte eine gutherzige Freiwillige namens Giselle von der New York City Cat Coalition, NYCC Cruxshanks, als sie Essen und Decken an Obdachlose verteilte. Seine smaragdgrünen Augen funkelten neugierig, als er sich vorsichtig, aber vertrauensvoll näherte. Giselles Herz schmolz beim Anblick dieses Streuners, der trotz seines harten Lebens keine Angst vor Menschen zeigte. Er stupste sanft mit seiner Nase ihre Hand an, fast so, als würde er um Hilfe bitten. Am nächsten Tag kehrte Giselle mit einer Lebendfalle zurück, entschlossen, Cruxshanks von der Straße zu holen. Sie rief seinen Namen, unsicher, ob er darauf reagieren würde. Zu ihrer Überraschung kam Cruxshanks aus einer nahegelegenen Gasse und lief direkt auf sie zu, als ob er ihre Stimme erkannt hätte und wusste, dass sie ihm nichts Böses wollte. Sanft lockte sie ihn in die Falle und ohne zu zögern ging er hinein, sein Vertrauen unerschütterlich. Mit Cruxshanks in Sicherheit sprang das Team von Little Wanderers NYC ein, um ihm eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Melina Nastazia, eine engagierte Pflegestelle, nahm Cruxshanks liebevoll auf. Anfangs dachten sie, er sei aufgrund seiner Größe ein trächtiges Weibchen. Doch ein Besuch beim Tierarzt offenbarte, dass er ein stattlicher, kastrierter Kater von etwa sechs Jahren war, der eine zweite Chance im Leben benötigte. Cruxshanks erhielt eine gründliche Pflege, inklusive Behandlungen gegen Milben und Flöhe, und bald fand er sich in seinem neuen Zuhause bei Melina zurecht. Hier zeigte er eine besonders liebevolle Seite. Er kletterte auf ihren Schoß, schnurrte zufrieden und knetete sanft mit seinen Pfoten auf ihren Beinen. Er machte Brötchen, wie es liebevoll heißt. Seine Tage waren erfüllt von sanften Streicheleinheiten, Leckerlis und der einfachen Freude, die Welt durch das Fenster zu beobachten. Heute ist Cruxshanks gesünder und glücklicher und wartet auf eine Familie, die ihm ein Zuhause für immer gibt. Sein Weg vom Straßenkater zum geliebten Haustier erinnert uns an die erstaunliche Widerstandskraft von Tieren und die lebensverändernde Kraft des Mitgefühls. Wenn dich Cruxshanks Geschichte berührt hat, dann abonniere doch den Kanal, um keine weiteren Rettungen zu verpassen. Drücke den Like-Button, um deine Unterstützung zu zeigen und teile deine Gedanken sowie eigene Geschichten in den Kommentaren. Lass uns gemeinsam einen Unterschied machen, eine Rettung nach der anderen. Ansch если42-Widerstand vom Straßenkater zum geliebten Haustier werden schon wollte, dann abonniere doch den Topp. Vielen Dank.